Norddeutscher Rundfunk 2021 Die sind fit, ich habe wirklich eine gute Mannschaft mit unglaublichem Wille gefunden. Auch körperlich sind alle fit. Trotzdem war das Training und die Hitze. Auch das Training war intensiv, es war sehr heiß. Aber das muss ich sagen, die Spieler machen auch gute Regeneration-Maßnahmen. Und im Moment läuft alles gut. Ich bin eigentlich mit der ganzen Mannschaft zufrieden. Unsere Kader ist offen. Die Spieler, die von der Nazi da gekommen sind, Erein und Ruben, natürlich haben diese frische Luft auch gebracht. Die Freude haben mit der Nazi geschnuppert. Das heißt, die Tür in der Nazi sind ein Dorfchen. Aber klar, sie müssen auch da den Unterschied machen. Und gleichzeitig für die zwei Neulingen, die gekommen sind. Und dann haben sie auch diese gute Mentalität gehabt. Darum sind sie auch da. Und jetzt, wenn sie wollen auch da bleiben, sie müssen natürlich auch die Leistung bringen. Es ist ein guter Gruppe und eine gute Ambulanz. Ja, wir sprechen alle zusammen. Es ist kein Problem mit der Sprache. Es ist wirklich gut. Es ist nicht wirklich gut. Vendes haben wir diese Woche gut vorbereitet. Und jetzt sind wir bereit. Und wir werden so Spaß machen. Wir arbeiten mit der nächsten Woche vor demayen. Und wir haben beendet, die Woche diese Woche geschehen. Wir haben gestalten in der Sprache, und wir haben in die Taktik gewonnen. Wir haben ja die� Tigre gewonnen. Und wir haben ein zweites. Untertitelung des ZDF, 2020